Natürliche Hausmittel zum Abnehmen Als hilfreiches Hausmittel bei der Gewichtsreduktion gilt Zitronensaft. Denn durch den hohen Vitamin C-Gehalt wird die Fettverbrennung angekurbelt. Trinken Sie morgens als erstes ein Glas lauwarmes Wasser mit frisch gepresstem Saft einer halben Zitrone, um auf gesunde Weise den Gewichtsverlust zu fördern. Sobald Sie Lust auf süßes oder salzige Snacks bekommen, sollten Sie zu Äpfeln, Karotten oder Stangensellerie greifen. Die Rohkost schmeckt gut und sättigt, hat aber auch deutlich weniger Kalorien als Weingummi, Chips und Co. Sehr hilfreich bei Heißhunger auf Süßigkeiten ist auch ätherisches Vanilleöl. Schon der süßliche Duft beim Riechen an der Flasche reicht aus, um den Serotoninspiegel im Gehirn ansteigen zu lassen und den Heißhunger zu vertreiben. Essen Sie so oft wie möglich Kohl. Das Gemüse bietet ideale Unterstützung beim Abnehmen, da es reich an Vitaminen und Ballaststoffen ist, zugleich aber kaum Kalorien enthält. Am wirkungsvollsten ist Sauerkraut, denn dieses regt außerdem die Darmtätigkeit an. Wer es verträgt, sollte täglich einige Gabeln rohes Sauerkraut verzehren. Weitere Informationen zu natürlichen Heilmitteln finden Sie unter www.heilpraxis.de www.heilpraxis.de